Wie komm ich da nämlich hoch? Echt so? 1 Holz So kann ich da ran? Okay Wäre natürlich irgendwie geiler gewesen, wenn ich da hin und gekommen wäre Aber hier komme ich auch nicht hochgerannt, ne? Also... Ah, da komme ich da hoch Tiefschnee... Schnee verlangsam, die Bewegung verhindert einige Aktionen Aber hier oben ist sonst nichts erstmal wichtig, ne? Gut Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte komm! Erkundungsteam, bitte komm! Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung Ja... Haben Kotz Okay Ich geh mal davon aus, ich muss einfach nur weglaufen, ja? Okay, das war jetzt nicht so gut Ok... Vielleicht sollte ich mehr F drücken? Nein... Das war letztlich ich mir jemanden Okay, vielleicht sollte ich mehr F drücken? Nein! Quicktime event! Ja, Entschuldigung, ich krieg das noch hin. F und E drücken. F oder E drücken, naja. Herzlich Willkommen zu dieser kleinen Zwischensick-Frenz, wo klein Lara durchs Fenster eingekletzt hat. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Zu kurz. Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Aber erstmal müssen wir uns hier wieder aufrappeln und... Ich muss die Wunde verbinden. Nehme ich jetzt wieder... Okay, ich bin immer noch in diesem Bereich. Da habe ich eine Kiste übersehen. Okay, hier unten weiß ich aber noch nichts drüber, weil ich bin noch nicht hingekommen. Heilende Ressourcen. Okay. Diese Blätter sollten die Blutung stellen. Hoffen wir mal. Ich brauche einen Verband. Ja, ich kenne da einen Fußballverband, aber das hilft ihm nicht. Achso, das ist ein Auto. Sehr interessant. Oh, halten, zum Heil. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ich finde sie ein Weg, die Bären zu besiegen. Also ich muss jetzt wieder zurück, ja? Okay. Und das ist nichts zu mitnehmen. Das ist auch kein Benzinkanister oder so, dass ich... Gut, ich kann da jetzt auch keine Bomben draus machen, habe ich noch nicht freigeschaltet. Ah, das ist ein Blick. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es jetzt auch auf einmal Bären. Das sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Okay. Oder könnte es die ersten ein Stück größer werden. Nee, das war ein anderes Spiel, ich weiß. Nur hier. Ein Bonus. Und hier haben wir eine Kletterwand. Die habe ich aber schon mal gesehen. So. Einmal zur Basis zurück. Ergungsgut. Ja gut, ich benutze das. Und gucke kurz. Warum ich da hin muss. Sind da jetzt spontan Pilze gewachsen? Nee, aber es ist eine Höhle. In der spontan Pilze gewachsen sind. Und natürlich gucke ich noch weiter rein. Noch mehr Pilze. Okay, da kann ich bestimmt irgendwann abfackeln. Hier auch. Los. Volt. Ne, Magnetis. Ne, Magnetis. Oder was auch mal. Und noch was zu lesen. Noch was zu lesen. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Da ist noch was in der Wand. Und da vorne ist noch was in der Wand. Ansonsten ist hier nichts, wo ich hinkäme. Und? Was? Ausgerissen. Und wieder an Deck. Und jetzt gibt es da drüben noch was. Da oben Vogel. Ja. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Das ist der Plan, glaube ich, ja? Wir gehen zurück ins Camp. Gehen schneller. Ich ziehe mir noch kurz ein paar. Ich gehe dann hier. Und was auch immer hier in diesem Busch hängt. Ah, das sind diese Bären. Okay. Und das Camp. Giftpfeile nutzen sie in der Tatmoney, um Giftpfeile herzustellen. Munition. Giftpfeile. Zwei Stück. Ausrüstung. Nicht. Den Köcher kann ich auch noch nicht. Nichts ruhig genug Zeltplanen jetzt hätte, ne? Wie dem auch sei. Äh, Waffen. Hier kann ich was machen. Bei der Kletteraxt. Umwickelter Griff. Ein jeder umwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen nur in der Hand, weil durch beiternig ausgeführte Nahkampfangriffe möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde nieder schlagen. Nehme ich. Die Kleidung ist egal. Und ich habe einen Fähigkeitenpunkt. Dann nehme ich mir doch was für einen Jäger mit. Pfeile wiederherstellen. Gut. Du musst mich ausruhen. Ja. Und wir sagen, wie du die Pfeile wechseln kannst. So müde. Ja, das war der erste Tag in der Wildnis. Mittler, oder? Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zubedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan habe. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages. Wirst du es verstehen? Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Oh. Stopp hier. Lauf weiter. Lauf weiter, los! Ok Und er entdeckt jetzt das Zelt oder was? Ich finde es ja voll geil wenn die sind oh scheiße ich habe sie da war keiner Oh ein Pfeil Aber naja Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden bevor sie wieder auf Raubzug gehen Ok das war jetzt gut Drei Leichen flindern Zentrale wir schwärmen aus um die Spur aufzunehmen Roger aber sie scheinen sich zurück gezogen zu haben Und weg Klaffen und weg ja Jetzt kann ich die Pilze hier einsetzen oder was Ok Klappen und weg Ach Shit Macht Meldung Die Einheimischen haben Seilpfeilen gestellt Wir haben Ah Huuuah Huuuah Und drei Klaffen und weg Kredits erhält man durch Erkundung Verwinden Sie Kreditsmachtplatz, Kred, Wacke Okay, jetzt gibt es hier auf einmal Fallen Die vorher niemandem aufgefallen waren Da ist noch einer Oh, hier ist auch noch einer Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzuhalten Beim letzten Signal wurden Sie angegriffen, dann kam nichts mehr Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben Das ist der Richtung? Ja Und Karten gefunden Den Fein lassen sich Feinde ablenken Das klappte ja genauso wie ich es mir vorgestellt habe Wir machen uns bereit Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen Jetzt kommen jede Minute mehr an Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten Ich habe mir das angesehen Ich höre ihm gern zu Wird nie langweilig Der Glaube war nie was für mich Es waren immer nur Worte Das hier ist mehr Es ist die Wahrheit Ich war kaputt Aber Trinity macht uns wieder ganz Gibt uns ein Ziel Eine neue Welt wartet Selbst die, die nicht glauben Werden eine Rolle spielen Okay, ja Ich will die auch nicht mitkriegen, dass die anderen tot sind, oder? Wo ist das, Leute? Was ist das? Achtung Das Ablink ist noch defekt Es gibt Störungen bei allen Übertragungen Okay Was ist das, Leute? aber nicht die hasen kommt zurück mal gucken was ich hier alles jetzt geschafft habe ich kann den bogen gewickelte sehne die um hinabpunkt der leder mit leder entwickelte bogensehne reduziert die fingerspannung für kurze weiterhaltezeit verwendbar mit allen bögen das ist gut schnelle reise kann ich noch nicht machen köcher kann ich auch noch nicht machen giftpfeile kann ich auch noch nicht machen ist nämlich voll aber ich habe noch einen fähigkeiten punkt und dann gehe ich doch wieder in diesen bereich ausweich konnte in der hoffnung dass das hilft ok mal gucken wo ich jetzt hin darf hier ist noch ein dokument da sind zwei dinge aber ich muss jetzt erst mal die bärne liegen ja also wie kann ich mir denn die kreise setzen ok hat hier etwas geleuchtet eine leiche eine weg marke ist da habe ich hier das dokument übersehen sieht's aus der prophet und seine anhänger sind dem schutz der nacht gereist auf einem gewundenen pfad entlang der grenze des östlichen reiches ich weiß nicht wohin sie wollen und ich vermute sie wissen es auch nicht aber sie wissen dass wir sie jagen bis die ketzerei ausgelöscht ist ja das gesinnte im grenzland gibt ihm unterschlupf und ich finde es seltsam dass mir keiner dem geholfen hat etwas von belang sagen will selbst wenn ich mit dem zorn trinities drohe oder ihnen ein messer an die kehle halte schweigen sie weiter sie sterben ohne zu verraten was sie wissen der prophet hat eine seltsame macht über andere deswegen ist auch ein grund ihn zum schweigen zu bringen ja prophet haben propheten haben macht über andere die man sorgens nicht erreichen würde das leucht ok ich kann nur hier geradeaus rüber gehen mal gucken wir uns das schaffen ach schade ja gehe ich doch wieder da hoch ihr habt ja nichts mehr zu sagen hier oder kann ich ja nicht holen ich kann hier den roten ok ablegen ok du willst jetzt dass ich den bären erliegen alles klar verdammt alles noch da ja jetzt wäre es eine gute möglichkeit mir zu sagen ok da komme ich nur weg von inwiefern kann mir das helfen inwiefern kann mir das helfen das voll ok ich gehe jetzt in diese höhle einfach rein weil wir weil wir zu eng zum kämpfen ich locke ihn raus ok 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 ich habe jetzt immer noch keine ahnung wie ich den gift rein schmeiße ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Okay, also mit der mittleren Maustaste schießt sich Giftpfeile, mit der linken Maustaste schießt sich normale Pfeile. Ich lauf einfach wieder rein. Ja, super. Ach, damit kann ich auch herstellen, das ist gut. War es das? Was? Ich weiß nicht wie, aber ich habe ihn besiegt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe ihn besiegt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe ihn besiegt.